Hallo, wir sind die Neuen. Ich bin die Anne. Wie sagt du? Unbedingt. Gut, Barbara. Wir sind einfach nur Nachbarn, Nachbarn, die man freundlich im Treppenhaus grüßt und ansonsten in Ruhe lässt. Die haben ihre Schuhe fotografiert, damit sie wissen, welcher Schuh in welcher Schachtel gehört. Das haben wir euch doch gesagt. Wir hören jedes Wort da oben. Habt ihr das verstanden? Und jetzt mal ganz im Ernst. Seid ihr nicht ein bisschen alt für dieses viele Feiern? Ab jetzt nicht Ruhe! Absolute Ruhe! Sonst lernt ihr uns kennen, Freunde. Das sind junge, sehr arrogante Studenten. Aber wenn man alt ist, ist es einfach nur bitter, oder? Wenn ihr euch mal fortpflanzen wollt, dann müsst ihr diese Dinger für eine Viertelstunde von den Knien runternehmen. Das wisst ihr, oder? Das wisst ihr, oder? Das wisst ihr, oder? Untertitelung des ZDF, 2020